Ich grüße euch, liebe Gemeinde, liebe Freunde, geschätzte Gäste, ich bin froh, dass heute so viele von euch da sind. Und damit erfüllt ihr auch den Willen unseres Herrn Jesus. Ich möchte heute mit euch über Johannes 1, Verse 1-5 und 9-14 reden. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in die Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen hier, dass Gott Mensch wurde, und in seine Welt kam, die er erschaffen hat. Aber viele erkannten ihn nicht. Doch wir, seine Kinder, haben ihn erkannt und sind deshalb in sein Haus gekommen, um ihn zu feiern und ihm die Ehre zu geben, Wir sind nicht hier wegen irgendwelchen Ritualen, weil man bei einem Fest in die Gemeinde geht. Sondern wir sind hier, weil wir Jesus lieben. Deswegen, wenn ihr vielleicht heute das erste Mal hier seid, oder vielleicht öfter in die Gemeinde geht, nutzt diese Chance, heute den lebendigen Gott näher kennenzulernen. Und jetzt lade ich Isabel und Nicole ein, weil sie wollen mit einem Gesicht starten. Und jetzt lade ich Isabel und Nicole, und sie wollen mit ihrem Stichwort beginnen. Wieder ist Weihnacht, ihr sinnenden Herzen, wieder die Tage der Freude im Leid. Weichert ihr Sorgen und schwindet ihr Schmerzen, denn es ist Weihnacht, o selige Zeit. Singet das, Ehre sei Gott, ihr Erlösten, mit der lobpreisenden oberen Schar. Lasset das, Friede auf Erden, euch trösten, jaust, dass der Höchste so gnädig uns war. Schaut in die Zukunft mit seligem Hoffen, wehrt den Gedanken der Trauer, der Pein. Dank, dass der Himmel in Liebe uns offen, feiert die Weihnacht mit Loben allein. Und jetzt lade ich unseren Bruder Cedric nach vorne ein. Ich приглаchere unseren Bruder Cedric, der das Wort heute vorbereitet hat. So, schon wieder ist es Weihnachten. Und was heißt wieder Weihnachten? Tannenbaum, Geschenke, Familie, Schnee. Jölочка, подарки, семья, Schnee. Fußball-Weltmeisterschaft. Weihnachten ist eine Zeit des Friedens, der Liebe und des Zusammenkommens. Rождество – это время любви, время мира, время общения друг с другом. Wir kommen zusammen, weil es gibt ein Grund der Freude die Geburt Jesu Christus. Und was macht man, wenn man zusammenkommt? Man freut sich, man isst, man beschenkt sich, verbringt Zeit miteinander. Они радуются, они вместе кушают, дарят подарки друг другу, проводят время друг с другом. Und vielleicht schaut man einen Weihnachtsfilm. Und das wollen wir heute auch tun. Und welcher Film, den schaut man jedes Weihnachtsfest. Der läuft jedes Jahr im Fernsehen. Wer kann es mir sagen? Кто kann es mir sagen? Noch mal? Kevin allein zu Hause. Können wir schauen? Applaus an Christina. Ein Film, ein Klassiker. Этот Film, это классический Film. Und wir schauen uns ihn heute kurz zusammen an. Und es ist ein schöner Film mit schönen Parallelen. Это очень хороший Film, с очень хорошо проведенными Parallelen. Weil dieser Film erzählt unter anderem eine Geschichte über den Menschen. Потому что этот Film, помимо всего, рассказывает историю людей. Vielleicht fragt ihr euch jetzt schon, was hat ein Film über einen achtjährigen kleinen Jungen an Weihnachten mit mir zu tun? Может быть, вы задаете уже себе вопрос, что вообще имеет общего Film mit 8-jährigen Mälen und mit mir zu tun? Gucken wir uns zusammen mal. Давайте wir вместе посмотрим. Kurz zum Hintergrund, für die, die den Film nicht kennen. Коротко расскажу для тех, кто, может быть, этот Film nicht gesehen. Es geht um den kleinen Kevin. Это, этот Film про мальчика, маленького Kevin. Und der wohnt zusammen mit seiner Familie in Chicago, in den USA. Он живет в Chicago so своей семьей. Und es ist gerade Weihnachtszeit, also Stress. Und es ist gerade Weihnachtszeit, also Stress. Und у них тоже время Рождества, время Stress. Vor allem, weil sie am nächsten Tag nach Paris fliegen wollen. Und Stress, именно потому, что на следующий день они собираются все вместе лететь в Париж. Und Kevin als der jüngste, der nur Unfug treibt. Und Kevin, als der jüngste, der nur Unfug treibt. Der streitet sich mit seinem Bruder, schubst ihn und wird dafür bestraft. Он ссорится со своим братом, он его толкает и получает за это наказание. Er wird auf den Dachboden geschickt. Его отправляют на чердак. Und er ist voll mit Wut. И он абсолютно, он, 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 возмущен. и говорит что-то. Давайте посмотрим. Очень громкие слова маленького ребенка. Wenn er bloß wüsste. Если бы он только знал. Stellen wir uns die Stelle an, gucken wir uns die Stelle an, in Sprüche 18, 21. Давайте посмотрим место в Притче Соломона 18, 21. В России geschrieben, Worte haben Macht. Здесь написано und das kann konsequenzen haben. Was man sieht, das wird man ernten. Und das kann konsequenzen haben. Und das kann konsequenzen haben. das wird man ernten. Все спят. А, zurück, zurück, zurück. In der Nacht gibt es einen Sturm. И ночью происходит Буря. Und es gibt einen Stromausfall ganz kurz. Und на короткое время отключается свет. Und die Wecker werden zurückgesetzt. Und все будильники останавливаются. Deshalb verschlafen die. Die Familie wacht schnell auf, beeilt sich, um den Flug zu erwischen. Vsia семья быстро просыпается, быстро собирается, чтобы все-таки успеть на самолет. Und in aller Hektik vergessen sie Kevin, der oben schläft. Und во всей этой суматохе они забывают Kevina, который спит сверху на чердаке. Und als er dann aufwacht, и как он только просыпается, Hallo? Mom? Dad? Mom? Dad? Wo seid ihr denn alle? So ähnlich war das damals im Garten Eden. Примерно так же было тогда в Едемском саду. Der Mensch hatte eine gute Beziehung mit Gott. У человека было хорошее общение с Богом. Aber die Beziehung musste beendet werden, weil der Mensch Gott untreu wurde. Es wurde zwar nicht laut gesagt, wie wir gerade gesehen haben, und es gab keinen richtigen Streit. Aber durch die Tat, und weil Adam und Eva von den Konsequenzen wussten, kam es zu getrennten wegen. Aber nach dem Beziehung von Adam und Eva schon wussten, dass ihre отношения wurden zerfroren. Was ist dann passiert? Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wurde erschwert. Man konnte nur zu Gott kommen, wenn man sich an die Gesetze hält, wenn man Opfergaben bringt. Die Nähe zu Gott fehlt, weshalb der Mensch dem Fleisch und den großen Lügen des Teufels folgt. Der Mensch folgt dem Fleisch und den Lügen des Teufels. Ja, und der Mensch einfach ging wegen der flesh und von Sotan. Und deswegen war das für Kevin das beste, was passieren konnte. Und deswegen für Kevin war das was passieren. Ich habe meine Familie verschwinden lassen. Kevin gibt Vollgas. Er genießt das Leben. Er kann machen, was er will. Die Eltern sind doch nicht da. Der Mensch macht, was er will. Der Vater ist doch nicht da. Wie damals in Babylon, wo die Menschen einen Turm bauten, um sich zu erhöhen, um sich einen Namen zu machen. Und wohin hat die das gebracht? Nicht ins Glück. Und in Jakobus 4, Vers 4, 4, hier geschrieben, ihr treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet. Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Da steht написано, Prälübodei und Prälübodei und sind. Ne sind die , dass der Welt ist vracht gegen Gott. Ist endloses Vergnügen das Leben? Ist es das, was uns erfüllt und glücklich macht? Ich glaube nicht. Und das hat auch Kevin gemerkt. Und das hat auch Kevin gemerkt. Und Unsinn machen wird irgendwann langweilig. Er möchte seine Familie zurück. Und in seiner Verzweiflung wendet er sich sogar an den Weihnachtsmann. Kannst du ihm bitte sagen, ich will statt Päckchen dieses Jahr? Nur meine Familie wiederhaben. Keine Spielsachen. Nichts als Peter, Kate, Buzz, Megan, Linnie und Jeff. Und meine Tante und meine Cousinen. Und wenn er noch Zeit hat, meinen Onkel Frank. Okay? Okay. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Danke. Kevin will wieder zu seiner Familie zurück. Kevin will einfach zu seiner Familie zurück. Doch das ist leichter gesagt als getan. Aber es ist leichter gesagt, als zu dem machen. Für die Menschen war es ein großes Problem. Denn so leicht konnte man nicht mehr zu Gott kommen. Und für die Menschen war es eine große Problem. Denn so einfach war es eine große Problem. Aber einfach so war es nicht mehr zu Gott zurück. Zurück zur Familie. Und Gott wusste das. Und Gott wusste das. Und er wollte auch wieder diese Beziehung mit den Menschen haben. Aber er wollte auch wieder diese Beziehung mit dem Menschen haben. Deswegen schickt er uns Jesus. Und die Stelle, die wir immer an Weihnachten lesen. Lukas 2, Vers 10-12 Aber die Engel sagten, Fürchte euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und nach in Johannes 3, Vers 16 Und in Johannes 3, Vers 16 Jesus ist das Opferlamm, welches nötig war, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Auch sehen wir in Johannes 10, vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und weiden finden. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und weiden finden. Und uns wurde durch den Tod der Heilige Geist gegeben. Der Geist Gottes, der uns heilig macht. Der uns Anteil haben lässt an seinem Opfer. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Ein Leben in Herrlichkeit. Eine прекрасische Leben. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist einzusehen, dass wir falsch schlagen. Und um Vergebung bitten. Und um Vergebung bitten. Dass Kevin falsch lag, hat er auch eingesehen. Und dass Kevin nicht прав war, er das auch понял. Er ging in die Kirche und hatte eine Begegnung. Und er ging in die Kirche und hatte eine Begegnung. Warst du dieses Jahr auch brav? Ich hoffe schon. Könntest du das schwören? Nein. Das habe ich mir gedacht. Ich war wirklich schlimm in letzter Zeit. Ich habe vieles gesagt, was ich lieber nicht gesagt hätte. Ich war wirklich nicht sehr nett dieses Jahr. Ja? Es tut mir wirklich leid, weil ich meine Familie eigentlich wirklich mag. Auch wenn ich manchmal sage, dass es nicht so ist. Manchmal glaube ich, dass es so ist. Er hat verstanden, dass, was er getan hat, nicht richtig war. Er hat verstanden, dass, was er getan hat, nicht richtig war. In 1. Johannes 1.9 1. Johannes 1.9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt ein wendepunkt im Film. Denn jetzt ist Kewin nicht mehr der kleine Kewin. Denn jetzt ist Kewin nicht mehr der kleine Kewin. Und er hatte eine Erleuchtung. Und er hat eine Idee. Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Jetzt kommen die Banditen. Und Kewin sagt, ich verteidige mein Haus. Und Kewin sagt, ich werde mein Haus защищen. In 2. Korinther 5.17 2. Korinther 5.17 Und Kewin ist nicht mehr der kleine Kewin, der sich unter dem Bett versteckt. Und Kewin ist nicht mehr der kleine Kewin, der sich unter dem Bett befindet. Er ist ein neuer Kewin. Und er ist ein neuer Kewin. Der Autorität ergreift. Der weiß, wer er ist. Er ist ein neuer Kewin. Er ist ein neuer Kewin. Er ist ein neuer Kewin. Worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiches Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, Und wie es mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihm hat Gott ihm zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und der zukünftigen Welt. Der neue Kewin ist ein Sieger. Der neue Mensch ist ein Sieger. Und Kewin ist dafür dankbar. Und Kewin, er ist dafür dankbar. Bitte segne diese nachhaften Mikrowellen-Makaroni mit Käse und die, die sie mir so billig verkauft haben. Amen. Halleluja. Und Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus im 1. Korinther. Und mit dem neuen Leben beginnt der Kampf. Und mit dem neuen Leben beginnt der Kampf gegen den Feind. Die Mächte und Gewalten dieser Welt. Die Mächte und Gewalten dieser Welt. Der Herrscher dieser Welt, Satan. Der Herrscher dieser Welt, Satan. Und er wird kommen. Und er kommt. Und er klopft. Und er klopft. Und er klopft. Und er klopft. Und er öffnet die Tür. Der Feind klopft an der Tür. Er klopft. Und er klopft. Wir lassen ihn nicht rein. Oh, so ein Mist, verdammter kleiner Bengel, na warte! Was? Was ist passiert? Schnapp dir diesen kleinen Idioten! Ja, ja. Wie steht auch geschrieben, in 1. Petrus 5, 9, ein Vers weiter. Ein Stück weiter, in 1. Petrus 5, 9, steht следующее, написано. Противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Но наш враг не остановится на этом. Er wird es immer wieder versuchen. Но мы уже победили. Мы уже победители. Kevin будет sein Haus verteidigen. Kevin, он будет защищать свой дом. Er hat ein paar Fallen aufgestellt, um den Бösen den Weg zu versperren. Он выстроил несколько Ловушек, чтобы врагам своим предотвратить вход. И он сопротивляется. И это, скорее всего, самая лучшая Сцена из всего фильма. Сцена из всего фильма. Du bist tot, Junge. Warte, du kleiner... Du kleiner Teufel! Kevin führt einen Kampf gegen die bösen Banditen. Auch wir müssen uns wappnen. Aber wieder 2 Korinther 2.14 Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumfieren lässt. Und in 1 Johannes jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Und Jesus hat am Kreuz den größten Sieg erlangt. Er hat den Tod besiegt. Doch manchmal tappen auch wir in eine Falle. Aber Gott ist immer pünktlich und auf ihn ist verlassen. Aber Gott, Gott, er ist immer pünktlich. Und er kann immer auf ihn положen. Ich verbrenne sein Köpfchen mit einem Schneidbrenner. Und dann bügeln wir sein Gesicht mit einem Eisen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke ein bewährter Helfer in der Not. In Psalm 46, 2. Er ist gerecht und er bringt Gerechtigkeit. Er ist gerecht und er bringt Gerechtigkeit. Kevin wurde gerettet, wir wurden gerettet. Kevin wurde gerettet und wir wurden gerettet. Wieder in Lukas 2, 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Die Geburt unseres Retters wollen wir heute feiern. Das hat uns mit Gott vereint. Und am Ende wurde auch Kevin wieder mit seiner Familie vereint. Und am Ende wurde auch Kevin wieder mit seiner Familie vereint. Und am Ende wurde auch Kevin wieder mit seiner Familie vereint. Und am Ende wurde auch Kevin wieder mit seiner Familie vereint. Lass uns diese Weihnachtszeit zur Gesündung nutzen. Lass uns verstehen, was Gott für uns getan hat. Und was er noch tun wird. Lass uns autorität ergreifen. Lass uns autorität ergreifen. Uns bewusst sein, zu wen uns Gott gemacht hat. Und dass wir als Sieger ihm danken dürfen. Und dass wir, als победители, уже можем ihn wieder zu begrüßen. Deswegen dankt ihm. Und freut euch an dem, was ihr habt. Und ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich danke Gott für diese wunderbare Idee, die er Cedric gegeben hat. Ich musste viel lachen. Und ich werde diesen Film, glaube ich, nie wieder mit denselben Augen schauen können. Und wie Kevin gesehen hat, dass er seine Familie braucht, so haben wir gesehen, dass wir die Gemeinde brauchen, als wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Und ich hoffe, wir sind auch bereit, unser Haus so zu verteidigen, wie Kevin sein Haus verteidigt hat. Und ich hoffe, wir sind auch bereit, unser Haus so zu verteidigen, wie Kevin sein Haus verteidigt hat. Jetzt gleich haben wir unser Festprogramm. Gemeindemitglieder haben für uns Stücke vorbereitet. Aber keiner hat das für seine eigene Ehre gemacht, sondern für die Ehre Gottes. Und ich hoffe, dass das, was hier vorne geschehen wird, dass das eure Herzen berühren wird. Und unsere Schwester Inna wird anfangen mit einem Lied, das sie uns singen wird. Und in der ersten Sätein wird eine Sätein wird. Und in der ersten Sätein wird eine Sätein wird. Und in der ersten Sätein wird ein Heiliger personally, das sei ja Report, was im Gottesrichtig. Und in der erste Sätein wird er in dieser Sätein wird, und in dieser Sätein wird er. Und in dieser Sätein wird ergeht, er ist ein Mensch mit demodern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Er hat uns nicht einfach in der Tat gesagt, dass Gott nicht liebt. Nein, er hat sich любовn zu geben, er hat sich in der Tat. Er hat sich, dass Christ bereit ist, er hat sich für unsere Verkürzene. Er hat sich für unsere Verkürzene gemacht, er hat sich für unsere Verkürzene gemacht. was niemand konnte совершieren. Er kam, wie der Geist und der Geist, um uns zu spazieren und zu beurteilen, um uns zu beurteilen, um uns zu beurteilen, um wir auf dem Himmel zu beurteilen. Er kam, und wir sind für ihn. Er hat uns von grühen, um uns zu beurteilen. Wir sind jetzt ihm, wir erheben. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Wie viele Gottes lieben, 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 lieben. Gott sei Dank. Das ist es, dass wir, dass wir uns überrascht haben, das Röste ist, das Röste ist. Amen. Aber niemals светet Nadmira-Zwizda-Wifleem Вот уже 20-stoletien A jeśli b'Hristoß nie rodilse To my by s-vami na niebo Popasch nie mogli Żili by žiteli griesznej земly W rabstwem grzechom Od Boha wdali Żalka uczest by nas ожидala Jeśli b'grecha smertonozno wżala Smerću Spasitel nie wyrwał swojej Jeśli b'ne spas on Nesciastnych ludzi Znate, co to означalo by to? Weczność bezboga Vo tjme bezprosweta No razreślis zvaki wopros Jak ho rollo, że rodilse Hristoß Skoro, skoro снова Iisus przyjde Wzjać swoich туда, gdzie list nie wianet Budem ждat I puść jego przychod Nas, друзья, gotowymi zastaniet Wzjać swoich zbogą Wspoją my Bogu Sławu i chvalu Za spasenie Darowa naie nam Puść звучit Hvala Spasitelu Wzjać swoich zbogą Wzjać w Zbogą Sławu i chvalu I w Zbogą Bóg Sławu i chvalu Sławu i chvalu WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sлавa Tebä, наш Господь! Sлавa Tebä, наш Спаситель и наш Бог! Ты достойн поклоненьям, Ты, Господь и Бог чудес, Тебе песнь поет все воинство небес. Нет прекрасней вести в песнях и стихах, О Спасителе, которого люблю. С Ним я встречусь в лучезарных небесах, А пока я здесь об этом песнь пою. Sлавa Tebä, наш Учитель! Sлавa Tebä, наш Господь! Sлавa Tebä, наш Спаситель и наш Бог! Ты достойн поклоненьям, Ты, Господь и Бог чудес, Тебе песнь поет все воинство небес. Sлавa Tebä, наш Учитель! Sлавa Tebä, наш Господь! Sлавa Tebä, наш Спаситель и наш Бог! Ты достойн поклоненьям, Ты, Господь и Бог чудес, Тебе песнь поет все воинство небес. Тебе песнь поет все воинство небес. Я хочу сейчас еще раз, чтобы я вам поклонен. Слава Тебя, наш Годис, который был вверх, он был вверх, он идет до конца мира, и ты, люди, которые летят. Ein Zug, der dich zur Heimat trägt, geht schon am Morgen frühe. Wollt ihr, wenn dich dein Herz bewegt, als Kind, der nicht zu früh. Steig ein, steig ein, der Zug geht ab. Steig ein, steig ein, steig ein. Ihr ist zu spät, mag sein. Am Mittag geht ein zweiter zwar, wenn hoch die Sonne steht. Doch wenn es zu früh am Morgen war, ob er wohl mittags geht. Steig ein, steig ein, der Zug geht ab. Steig ein, steig ein, steig ein. Ihr ist zu spät, mag sein. Ist nicht am Abend frühe genug? Warum so große Eile? Steig ein, die Zeit bis zu dem Abendzug, ich liebe noch verweilen. Steig ein, steig ein, der Zug geht ab. Steig ein, steig ein, steig ein. Ihr ist zu spät, mag sein. Der Abend kommt, dahin der Zug. Nur nur noch einer geht. Drum eile dich, sonst trifft dich der Fluch. Wenn es heißt, zu spät, zu spät. Steig ein, steig ein, der Zug geht ab. Steig ein, steig ein, steig ein. Ihr ist zu spät, mag sein. Am Abend. Ich bin Gott sehr dankbar für unsere Schwestern, die sich immer die Zeit nehmen, fest für fest was vorzubereiten. Ich bin sehr dankbar für unsere Schwestern, die immer für sich Zeit nehmen und immer für jeden Tag etwas für uns vorbereiten. Und jetzt kommen Kinder und wollen uns ein Lied singen. Und jetzt kommen Kinder und wollen uns ein Lied singen. Jetzt kommen Kinder und sie singen uns eine Lied. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit seinem Fest, alle sollen es hören. Der Grund für alle Lichter, Geschenke und den Weihnachtsbaum ist, dass Jesus lebt. Aus der Dunkelheit hat er uns befreit und uns neu gemacht. Heute ist Party, Jesus ist geboren. Jesus ist geboren. Komm, mach Party, Jesus ist geboren. Aber der Tag ist noch nicht vorbei. Wir haben gleich die Möglichkeit der Gemeinschaft. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, für die Zeit zusammenzuarbeiten. Wir werden essen und ich hoffe, ihr werdet alle hierbleiben. Wir werden zusammen essen und ich hoffe, ihr werdet alle hierbleiben. Und zum Abschluss wollen wir nochmal alle aufstellen und beten. Und zum Abschluss wollen wir nochmal alle aufstellen und beten. Und zum Abschluss wollen wir nochmal alle aufstellen und beten. Ich danke dir, Jesus, für dieses wundervolle Programm. Jesus, danke dir, Jesus, für diese wundervolle Programm. Wir haben heute alle sehr viel Spaß. Danke dir dafür. Wir haben heute alle sehr viel Spaß. Danke dir dafür. Wir haben heute heute sehr viel Spaß. Danke dir dafür. Danke dir, Herr, dass wir dich alle heute beherrlichen konnten. Und bleib weiter hier, während wir unsere Gemeinschaft haben. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Amen.